Musik Mit Graffitis hinterlassen Sprayer seit den 90er Jahren ihre Visitenkarte in der Öffentlichkeit. Manche davon beleben das Grau in Grau der Stadt, aber nicht jedes Graffiti ist Kunst. Schmierereien sind oft störender Anblick im Stadtbild. Besonders betroffen sind unbewohnte öffentliche Plätze und U-Bahn-Bereiche. Aber auch Fußgängerzonen, Hausfassaden oder Parks sind beliebte Flächen für störende Graffitis. In Wohnhausanlagen verschlechtern Schmierereien sogar die empfundene Wohnqualität. Green Concepts Graffiti-Entferner ist die innovative und umweltschonende Lösung. Es entfernt hartnäckige Fälle so leicht, wie sie aufgetragen wurden und das von fast allen Oberflächen. Und dabei ist es so effektiv wie einfach in der Anwendung. Vor dem Öffnen kurz schütteln und unverdünnt in die Sprühflasche abfüllen. Auf größere Flächen kann es komfortabel aufgesprüht werden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten entfernt bereits eine gewöhnliche Bürste das Graffiti. Die übrigen Farbrückstände lassen sich mit einem Hochdruckreiniger und klarem Wasser abwischen. Dabei ist Green Concepts Graffiti-Entferner 100% biologisch abbaubar, enthält keine Lösungsmittel und ist weder feuergefährlich noch explosiv. Man kann es unbedenklich an Gebäuden, in denen er mit Lebensmittel handiert wird, einsetzen und im normalen Abfluss entsorgen. Jetzt ist es so, dass wir hier einen Reiniger haben, der ein ökologischer ist, der also auch für die Umwelt unbedenklich ist. Und aber auch, und das ist das besonders Wichtige, auf so vielen verschiedenen Oberflächen zu verwenden ist. Weil die Alternativen der Entfernung wenig zufriedenstellend sind, werden Graffitis häufig nur übermalt. Das verunstaltet die Oberflächen jedoch und selten ist der Anblick schöner als die ursprüngliche Schmiererei. Wir freuen uns natürlich jetzt mit dem Green Concepts Produkt einen Reiniger bekommen zu haben, der für die verschiedensten Oberflächen geeignet ist, hervorragende Leistungen gebracht hat. Wir haben viele anwendungstechnische Probereinigungen durchgeführt und die haben also super hervorragend funktioniert. Denn Green Concepts Graffiti Entferner funktioniert auf allen stabilen Oberflächen. Ob Stahl, Beton, Glas, Aluminium, Acryl, Holz oder durchgefärbten Putz. Sogar auf sensiblen Sandsteinen entfernt es Unerwünschtes rasch und effektiv. Man benötigt sonst nur eine Bürste und Wasser. Und auch auf Möbeln, im Haushalt oder im sensiblen Krankenhausbereich kann es unbedenklich eingesetzt werden. Auch hier ist die Vorbereitung gewohnt einfach. Vor dem Abfüllen schütteln und für kleinere Flächen in einem passenden Gefäß eins zu eins mit Wasser verdünnen. Um Restbestände in der Flasche zu vermeiden, vor jedem Gebrauch noch einmal schütteln. Grafische Ewigkeit war gestern. Green Concepts löst Sorgen um permanente Haltbarkeit in Minuten wie von selbst. Denn es wird spielend leicht auch mit großflächigen Farben und Lacken auf verschiedensten Oberflächen fertig. Was bleibt, ist strahlende Sauberkeit. Green Concepts, ein Graffiti-Entferner der neuen Generation. Umweltschonend, gesundheitlich unbedenklich, einfach in der Anwendung und effektiv in der Wirkung.